Das ist der Zeitzünder. Das ist unsere Munition. Das sind Plastik-Sprengsätze, Plastik-Quompen. Die setzen wir jetzt hier an die Bäume ran und sprengen das ganze Ding in die Luft. Du weißt, was ich meine, Marco? Ja klar, komm. Ob schnell die Dinger dran bringen. Dieser vierte Reich. Weg jetzt! Hau ab! Ich geh runter! 21, 22. Es geht um Apfelernte, Apfelmus und ein Vergleich von 29 Cent plus Glas und Deckel. Das ist ja noch kleiner geworden. Schmeckt nicht? Ich würde ein großes Glas nehmen. Ja? Mh. Möglichst günstig, wenn's geht. Ja, ist gut. Das kannst du halt nicht haben. Ja. Das kannst du halt nicht haben. Ja. Ja. Ich bin auf Facebook verabredet. Alles später und später. Was sagt Facebook? Ich suche Facebook, Mann. Aber das ist Marco ja auch nie geschrieben, ne? Warte, da hat er schon geantwortet. Ja, der ist jetzt unten und hat diese Styropor. Warum eigentlich dieser Stress? Früher haben wir uns immer hier in Ruhe getroffen, Kaffee getrunken und dann langsam Versager geplant. Ja, als erste gerne Versager, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich sag nochmal, Apfelernte, Apfel, Winterapfelernte, äh, per Boot. Das ist der Apfelbaum, er trägt noch. Uh, da war ne Möwe. Da vorne gehen wir zu Wasser, sehr gute Idee. Und hier werden sie ja... Und einer muss rein, ne? Ja. Du kriegst in einem Supermarkt für 29 Cent ein Glas Apfelbus. Warum muss das jetzt, das dauert den ganzen Tag, bis du hier den Apfelbus fertig hast. Warum muss das so sein? Die Zeit brennt und rennt. Katamaran, Mann. So. Ich hab' ich nicht, dass das auch gut fällt. Läuft, er ist schon unterwegs. Läuft, er ist schon unterwegs. Wie geht's? Ernte mal. Okay. Ich hab' ich getroffen. Ja. Der ist raus worden, der ist von Werner. Ja, wir kommen mal rüber, Werner. Ja. 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 Wer ist es zufrieden? Ja. Musik 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 Das ist fantastisch. Da ist Zießstoff drin, da ist Sauerstoff drin, Bitterstoff und alles in Balance. Das ist unglaublich. So gucken wir. Musik Fantastische Äpfel. Das hat sich gelohnt. Musik 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 Das sind jetzt die Schalen mit den Gehäusen, die da auskochen. Musik 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 also das ist von der konsistenz ist das besser aber geschmacklich nicht unbedingt ich weiß gar nicht warum das so flüssig ist habt ihr da wasser noch mal rein getan ja die schalen und das gehäuse ausgekocht darin dann nachher die apfelstücke und das was bewirken wenn man das dass man das apfelmoos ganze stücke noch sehr gut leicht kastanienartiger abgang testen maliks delhi komm rein marco malik grüß dich kannst du das mal kurz halten ok ich mach das hier bisschen ich mag die du magst du das sehr schön das freut uns natürlich weil das haben wir selbst gemacht wir sind jetzt im geschäft wir machen apfelmus du hast ja auch ein business und zwar noch ein getränk ein ganz neuer schnapps einzigartige schnapps massi voila ein echter hamburgernuss und am nächsten morgen keine kopfschmerzen massi die antwort auf den wotke chr alles drauf Ja, alle sind drauf! Mach ruhig drei gleich große, wenn es geht. Sehr. Wo ist es denn da? Ich glaube, Chris kriegt auch noch einen Schlag. Warte erst mal, ich möchte erst mal die Puffer jetzt haben. Ja, aber danke. So gut, Fazit, Filmabschluss? Willst du noch was loswerden? Ja, Apfelmus. Probiert's. Manifest. Manifest. Sehr gut.